Hey how und willkommen zu diesem Video. Es ist ein kurzes Informationsvideo. Ich habe nun Klausuren. So ein paar. Und hol mir dann noch an. Also nach den Klausuren, wenn die vorbei sind, die Nintendo Switch. Mit Zelda Breath of the Wild. Und werde dann ne Zeit lang zocken. Sprich, es wird in nächster Zeit weniger auf dem Kanal kommen. Tolla ist ein Lügner. Videos machen ist ja für Tolla zeitaufwendig. Und dann Breath of the Wild in den Ferien. Das ist sehr sehr zeitaufwendig. Und danach. Ja mal schauen. Ich weiß nicht wie viel Videos die nächste Zeit kommen werden. Kann ich nicht beurteilen. Aber erwartet jetzt nicht. Jede zweite Woche oder so wieder ein Video. Dafür ein paar Informationen für euch. Ich habe zu einem jetzt einen Discord Server. Hey, steck Tolla ist dein Lügner. Dort können wir talken. Und so talken tue ich so ungefähr zweimal die Woche. Zum Schreiben bin ich aber fast immer da. Außer wenn ich am Switch zocken bin. Aber wenn ich am PC bin halt. Ehm, dann bin ich da eigentlich immer erreichbar. Discord Server Link unten nicht in der Videobeschreibung. Ich hoffe ihr kommt nicht vorbei. Dann können wir einen Abonnenten Talk machen. Und das wäre schon irgendwie ganz cool. So nun mein Hauptanliegen. Und zwar habe ich einen neuen Zweitkanal aufgemacht. Auf dem ich langweilige Reactions Video machen werde. Und zwar mit diesem wunderschönen Mikro. Und zwar mit diesem wunderschönen Mikrofon. Hallöschen. Und auch so in dieser Position. Dann schaue ich mir halt Videos an. Zu Anime Themen. Etc. Und schlafe dabei ein. Das ist ganz cool. Und ich habe auch schon ein Video zu T-Nuen hochgeladen. Und zwar sein Fake Prank. Und ich hoffe da schaut ihr nicht vorbei. Das würde mich sehr sehr freuen. Also kurzum. Um es nochmal kurz zusammenzufassen. Ohne viele Informationen. Nächster Zeit auf diesem Kanal wahrscheinlich wenig Videos. Punkt 2. Ich habe ein Discord Server. Wo ich hoffentlich euch nicht sehen werde. Und nicht mit euch talken kann. Punkt 3. Und drittens. Ich habe einen Zweitkanal. Und alles. Beziehungsweise die letzten zwei Punkte. Sind unten in der Videobeschreibung. Nicht. Ganz ganz oben. Nicht. Joa. Damit auf Wiedersehen. Ich ziehe den Hut für euch. Und damit Seyon Ara. Stern hässliche Pose machen Stern. Stern hässliche Pose machen Stern. Stern hässliche Poseen Sever. Stern. Stern hässliche Poseen Servant. El foremost Ich weggele. Stern mit